In wenigen Sekunden können Parteimitglieder von DieBasis und Wir2020 hier sofort abstimmen. Jegliche andere Kommentare werden sofort ungelesen gelöscht. Wir können sicherlich auch nicht verhindern, dass da Leute abstimmen, die gar nicht Mitglieder sind. Aber wir werden ja sehen, wie es funktioniert. Erstmal hier unten rechts schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. An diesem rundlichen Ding können Sie die Geschwindigkeit auf 1,5 oder 1,75 einstellen. Ganz kurze Vorinfo. In dem Parteiprogramm steht oder auf den Parteiseiten steht, ohne jegliche Vorenthaltung von Infos. Und ich glaube auch, dass diese Parteien das wirklich wollen. Aber trotzdem ist es so ein bisschen, ist es einfach passiert und das ganz sicher nicht mit böser Absicht, sondern einfach passiert, dass irgendwelche wenigen Personen Parteiprogramme gemacht haben oder davor, bevor sie Parteiprogramme gemacht haben, die Zahl der externen Reformer oder die Auswahl der externen Reformer irgendwie sehr willkürlich begrenzt haben, ohne dass darüber die Basis konsensiert hat. Das heißt also, dass quasi schon die Vorauswahl der externen Reformer, die überhaupt als Grundlage für ein Parteiprogramm genommen wurde, ohne Beteiligung der Basis geschehen ist. Abgesehen davon, dass natürlich es immer so ist, dass die Parteimitglieder selbst natürlich keinerlei repräsentative Wählerstichprobe darstellen. Leider, wir können nur hoffen, dass bei so vielen Mitgliedern, wie die Parteien mittlerweile haben, dass das sich um eine halbwegs repräsentative Wählerstichprobe handelt. Und der nächste Punkt ist, dass sozusagen eine repräsentative Wählerstichprobe natürlich jetzt auch bei dieser Serie an Sendungen, die jetzt eine nach der anderen kommen werden, nicht gegeben sein ist, also gegeben ist. Es ist also jetzt mehr ein, hier darf jedes Parteimitglied einfach mal direkt abstimmen und beurteilen. Erster Punkt, über der abgestimmt werden sollte. Möchten Sie auch, dass beim Parteiprogramm Punkt 1, also die erste Abstimmung, die wir jetzt machen, also einfach nur jetzt in den Kommentar unten reinschreiben, 1. Und dann nur, vielleicht kurzer Hinweis, Mitglied Basis, also es reicht, wenn Sie schreiben Basis oder wir 2020. Sie dürfen auch schreiben, in welcher Region Sie Mitglied sind. Und dann Ja oder Nein. Ja wäre, ach so, ganz kurz noch die Bemerkung. Sie könnten uns kennen vom, und sollten uns kennen, von unserem Auftritten beim Corona-Ausschuss, Termin 12, zweite Hälfte, bei Kai Stuth Creative Caravan, bei Roger Bittl, der Lehrer Mafi hat über uns berichtet. Sie könnten vielleicht unseren Professor Harald Wallach kennen, der sehr bekannt im Corona-Kontext geworden ist und auch zum wissenschaftlichen Beirat vom Corona-Ausschuss gehört. Dr. Med. Michael Spitzbart ist bei uns, der auch bekannt geworden ist, auch bei Servus TV zum Thema Corona bekannt geworden ist. Und Sie kennen unseren Weltrat, unsere 23 Professoren und Doktoren könnten Sie kennen, aus dem großen Interview beim großen österreichischen Wirtschaftsmagazin Trend. und von dem berühmten ARD-Journalisten Dr. Franz Alt, der einen großen Bericht über den Weltrat veröffentlicht hat. Daher könnten Sie uns kennen oder sollten Sie uns kennen. Dann, welche Professoren, also erstens bringen wir natürlich unsere 23 Professoren und Doktoren, unsere ehemalige Bundesgesinnsheitsministerin mit, vom Weltrat, inhaltlich. Auch wenn der Weltrat sich selber nie zu emotionalen Reizthemen wie Corona oder Klima direkt äußert, das macht der Weltrat gar nicht, sondern der ist nur lösungsorientiert. Der ist also nicht krisenorientiert, sondern lösungsorientiert. Die Next Scientists for Future Äußer haben sich aber ganz klar natürlich auch zu Corona geäußert. So, und jetzt kommt die erste Abstimmung. Also, und falls es dann irgendwann gleich das Telefon klingelt, wird diese erste Sendung beendet sein und wird dann morgen, spätestens morgen mit der zweiten Sendung fortgeführt, vielleicht auch schon heute Nachmittag. Also, es geht los, die erste Abstimmung. Möchten Sie als Parteimitglied, dass auch diese Professorengruppe als externe Experten mit hinzugezogen wird? Und zwar, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Plus, zweitens, die gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsform der Next Scientists for Future. Drittens, die Postwachstumökonomie von Professor Nico Pech. Die Reformideen zum Mindestlohn und auch eigentlich auch zu Gewerkschaften und Tariflöhnen von Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Volkswirtschaftler Deutschlands. Die Wirtschaftsweisen, die fünf Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, der sogenannte Sachverständigenrat der Bundesregierung, davon besonders Professor Achim Truger, ein gewerkschaftsnah linker Wirtschafts- und Volkswirtschaftsprofessor. Dann der Arzt Christian Zimmermann vom Patientenverband, Präsident des Patientenverbandes, zum Thema seiner Gesundheitsreformkonzeptionen. Dann Dr. Heide-Göttner-Abendroth zum Thema Matriarchat bezüglich der Frage, welches ist die für Menschen glücklichste Lebensform, die in unserem jetzigen Wirtschaftssystem unterdrückt wurde und zerstört wurde. Ich deute es mal an, um aus uns den einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Single zu machen. Dr. Heide-Göttner-Abendroth zum Thema Matriarchat und ich habe vorhin vergessen, dass die Next Scientist for Future auch zum Thema Ur-Matriarchat gearbeitet haben. Also zu der Frage, wie war wohl vor unserem jetzigen teuflischen Wirtschaftssystem, das gerade mit uns so brutal schlitten fährt, wie war da unsere glückliche Lebensform, glücklichste Lebensform? Ja, also jetzt bitte nochmal die Frage, sind Sie dafür, dass Ihnen keinerlei Informationen vorenthalten werden und damit auch der Lösungsansatz, das Parteiprogramm, das aus diesen Professoren besteht, die ich eben gerade genannt habe, diesen Professorengruppen und Professoren und Doktoren und so weiter besteht, dass diese Ihnen auch zum Konsensieren beziehungsweise zur parteiinternen Abstimmung vorgelegt werden sollten. Ja oder nein? Jetzt bitte die Sendung kurz anhalten und unten in einem Kommentar reinschreiben, 1, dann ob Sie Basis oder wir 20 sind und ja oder nein. Ja, oder vielleicht machen Sie es so, 1, ja oder nein und dann noch kurz Basis, wir 20, 20, vielleicht noch von wo, was Sie möchten. Ja, dann Punkt 2. Ich lese vor aus dem Programm der Basis, wir gehen also so vor, dass wir jetzt erstmal Basis-Parteiprogramm, und zwar Landtagswahlprogramm, das war das Einzige, was ich finden konnte, Baden-Württemberg, was ja auch die erste Wahl ist und sinnvoll ist und dann in den weiteren Sendungen kommt dann nach und nach wir 2020 das Parteiprogramm. Erster Satz von der Basis. Unsere Politik soll sicherstellen, dass die bisherige Praxis der reinen Gewinnmaximierung und oder des politischen Machtgewinns und Erhalts begrenzt und zurückgeführt werden. Also, und jetzt schlage ich Ihnen vor, was, also die Professoren, die wir eben ja, über die wir in der Punkt 1 abgestimmt haben, stimmen wir jetzt unter 2 ab. Was finden Sie besser? Die Professoren sagen, wir haben ein Wirtschaftssystem und Gesellschaftssystem. Auch das betrifft nicht nur unsere Konzerne, sondern auch unsere Behörden, unsere, sogar die NGOs, unsere, die Arbeitsamtmitarbeiter, die Sozialspartler. Es betrifft alle Bereiche der Gesellschaft. Denken Sie also nicht nur an die Wirtschaft. Also Gewinnmaximierung. Und unser jetziges System leidet unter einer Vorteilsmaximierung auf Kosten aller anderen Bürger. Also wir haben ein zerstörerisches, das ist jetzt die Ansicht der Professoren, über die wir gerade geredet haben. Die Ansicht ist, wir haben ein Vorteil maximierendes System im jetzigen Gesellschaftssystem, das auf Schädigung der Mitmenschen und der WählerInnen aufgebaut ist. Und wir müssen das überführen in ein System, das nur noch Vorteile erhält, also sogenannte positive Anreize in Zukunft, in jedem Teil, in jeder Ecke der Gesellschaft. Nur noch der erhält, der das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit jedes einzelnen Bürgers bewiesenermaßen verbessert und gefördert hat und dabei insgesamt auch den Reichtum des Landes eventuell auch gefördert hat. Das kann man natürlich nicht von Unternehmen verlangen, aber zum Beispiel von Behörden kann man natürlich schon verlangen, dass ihr die Wirkung der Behörden auch sein sollte, dass sie das Wirtschaftswunder des Landes vergrößern sollten und nicht zerstören und verkleinern sollten. Also, ich sage noch etwas. Die Professoren sagen, seit 400.000 Jahren haben wir sozusagen gehofft, dass unsere Gesellschaftsform uns endlich Gutes tun würde. Aber leider stellen wir fest, in den letzten 400.000 Jahren, dass ganz viel Schlechtes geschehen ist und zuletzt haben wir das ja bei der Schweinegrippe und bei Corona direkt erfahren müssen, wie viel Schlechtes geschehen kann in diesem Gesellschaftssystem. Und die Professoren sagen, wir müssen Gutes tun, ganz stark und ganz gezielt, durch ganz starke, positive Anreize belohnen, Sonst kommt es nie und wir müssen sozusagen, weil durch das Fehlen dieser positiven, starken Anreize und Belohnungen kam es dazu, dass wir alle durchmanipuliert wurden, um irgendwie Kundschaft zu werden für Konzerne oder Behörden oder für andere Sachen. Also, unser Leben wurde durch Manipulation zerstört, durch die sogenannten vorteilbringenden Irrtümer manipulativ zerstört, um uns in Kundschaft von Konzernen, Behörden und NGOs umzuwandeln, zum Beispiel in Kundschaft, um uns in Dauerarbeitslose umzuwandeln, die dann Kundschaft für die Arbeitsmitarbeiter sind und deren Karrierechancen vergrößern. Also, wir sind quasi Opfer eines teuflischen Gesamtgesellschaftssystems. Und jetzt die Frage an Sie, finden Sie, ach so, vielleicht noch der Punkt des politischen Machtgewinns und der Machterhalt. Hier steht ja bei der Basis, der politische Machtgewinn und Erhalt und so weiter soll begrenzt und zurückgeführt werden. Die Professoren, ich sage jetzt der Einfachheit halber, die nextscientistsforfuture.de, nein, ich sage besser die Professoren, weil es ist ja viel mehr als die nextscientistsforfuture.de, was hier berücksichtigt wird jetzt. Die Professoren, sage ich einfach. Die ProfessorInnen von mir aus. Die ProfessorInnen sagen, wir müssen zum ersten Mal überhaupt eine echte Demokratie herstellen. Das könnte man zum Beispiel mit einer Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme tun. Vielleicht in Baden-Württemberg dann als Wohlfühlnote, weil man da vielleicht das Wahlgesetz nicht ändern kann. Aber die Wohlfühlstimme, die Wohlfühlnote könnte man erheben und dadurch würden Sie als Bürger in Baden-Württemberg oder in jedem anderen Bundesland die Herrschaft über die Konzerne und über die Politiker bekommen. Denn wenn die Politiker Ihnen nicht dienen und Sie geben eine schlechte Wohlfühlnote ab, dann sind diese Politiker, die Karrieren der Politiker im Prinzip schon am Ende. Die werden nie wieder ein Bein auf den Boden kriegen. Also Sie als Bürger herrschen über Wirtschaft, Behörden, NGOs und Politiker. Sie kriegen also die Vollmacht und Sie kriegen zusätzlich einige Volksentscheide dazu von den Professoren und Sie bekommen eventuell ein zweites System ohne Wohlfühlnote würde funktionieren. Das wäre das sogenannte Vorwahlensystem. Da würden die Politiker ständig, regelmäßig von Ihnen in repräsentativen Wählerstichproben, in Bürgerhäusern, würden quasi immer Gegenkandidaten zur jetzigen Regierung gewählt werden, von Ihnen. Sodass Sie ständig diese Politiker unter Druck setzen können und herausfordern können und auch nach einem Jahr können diese Politiker sofort Neuwahlen geben. Es gibt also einen Kann-Modus von Neuwahlen. Jedes Jahr, nach einem Jahr, kann es Neuwahlen geben, wenn Sie als WählerInnen in diesen repräsentativen Wählerstichproben in den Bürgerhäusern sich für einen neuen Ministerpräsidenten des Landes entschieden haben in diesen Vorwahlensystemen, dann kriegen Sie sofort Neuwahlen nach einem Jahr schon. Also das heißt, Sie als WählerInnen behalten mit dem Vorwahlsystem, mit den Volksentscheiden und mit der Wohlfühlnote die ständige Regierung, die ständige Herrschaft über die Politiker. Sie werden der Herrscher und die Politiker werden Ihre Diener. Und die Konzerne werden zu Ihren Dienern, die Behörden werden zu Ihren Dienern und die NGOs werden zu Ihren Dienern. Finden Sie das Modell der Professoren besser als das, was hier im Parteiprogramm von die Basis steht, das von anderen externen Reformern erstellt wurde? Ja oder nein? Also Sie schreiben jetzt zwei und Sie schreiben ja, nein und dann wieder wir 2020 oder Basis. Ich wiederhole die Frage nochmal, bevor Sie dann die Sendung kurz stoppen. Finden Sie das Gesamtangebot, Sie können ja nochmal zurückspulen und nochmal hören, das Gesamtangebot der Professoren besser als, ja, tschüssi. Eine Sekunde, ich beende gerade noch die Sendung. Ja, also Sie wählen jetzt zweiter Wahldurchgang ja oder nein. Tschüssi, bis später. Diese Sendung ist jetzt beendet. Hey! Das war Aber